Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Harry Potter die Jahre 5 bis 7. Ich bin's wieder der Loth986 und äh, ja, 97,7%, da fehlt dir noch ein bisschen was und äh, wir machen uns auf die Suche nach dem letzten Mäßchen was. Ähm, Hinweise habe ich ja von euch bekommen, danke dafür, äh, die werde ich jetzt auch mal nachgehen. Das eine war, dass ich hier in den Laden noch reinkriegen könnte, weil mir hier vielleicht noch 8 Charakterschutzmarken fehlen, eventuell nur mal so nebenbei erwähnt. Wer hat einen Kaffee bestellt? Wer braucht einen Kaffee? Lecker, lecker Kaffee. Wer will einen Kaffee haben? Einen Kaffee für dich. Vieterschön. Teflon? Teflon. Ähm, ja, Extras könnte ich eigentlich auch mal anmachen. Zumindest, zack, 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 ne, zack, 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 hab ich gesagt, zack, 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 hier, zacki, zacki. So, kriegen wir nämlich gleich viel, viel mehr. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, ist sie vielleicht auch irgendwo... Irgendwo. Okay, was hat das jetzt gebracht? Außer, dass es ein bisschen schneller war. Sonst nichts großartig viel. Ähm, wir brauchen einen bösen Charakter. Offensichtlicherweise. Und wir kriegen Petunia einen grünen Mantel. Grüne Mantel. Grüne Mantel. Aua. Selbstmord. Ja, wir schalten neue Sachen frei. Hurray, hurray. Wie gesagt, da brauche ich einen bösen Charakter für. Für die Tessa anscheinend auch. Das Telefonat hat man gerade schon. Ähm. Sekunde mal, die sind doch alle rot hier, oder? Ich, ich schieße sie einfach mal kaputt. Man weiß ja nie, was, was wir damit dann anfangen. Und, äh, ja, ihr habt mir gesagt, so, hier in den Laden sollte ich mal reingucken. Und dann gibt's noch eine andere Stelle, wo ich sie auch mal reingucken sollte. Da werde ich gleich reingehen. Aber erstmal brauche ich jetzt hier so, so einen kleinen Trank. Aber nur so einen klickchen kleinen Trank, damit ich mir... Schülle in Gefahr. Äh, damit ich mir... Ja, Schülle in Gefahr. Ja, es ist der Schöne in Gefahr. Danke. Hoho. Vernon Dorsley. Ähm. Damit ich hier bösen Sachen zaubern kann. Ja, nee. Ist klar. Ist klar. Kellnerinnen Nachtcafé freigeschaltet. Äh, was? Zur Hölle. Ähm. Häng. Soll ich was rausbringen, oder was? Aha. Ah, ja. Zum Kaffee sollte man vielleicht auch was zu essen haben. Klingt logisch. Tadam. Und da kommen dann auch mal Besucher eigentlich wieder an. Und jetzt frisst der Tücher. Ramp. Come on. Na gut. Dann bekommen wir Dalledersley. Äh. Könne ich denn hier noch was mit normalen Zaubern erledigen? Ich meine, wenn ich schon mal hier bin so mit normalen Zaubern, dann will ich auch jetzt mal ein bisschen normal zaubern. Da brauche ich mal einen starken Charakter. Was ist denn, wenn ich hier... Ne, ich muss mindestens einmal den Charakter wechseln, damit ich, äh, damit ich eine große Auswahl habe an Charakteren. Ne, tolle Wurst. Ne, tolle Wurst. Äh, wo können wir denn... Oh, ja. So, le, einen bösen Charakter. Dann nehmen wir doch das Böseste, was wir heute zur Verfügung haben. Also, wenn der nicht böse ist, dann weiß ich auch nicht. Ne, dann weiß ich aber nicht mehr. Dann weiß ich echt nicht mehr. Dann liegt da. So. Oh, ja. Minimal böse. Lord Voldemort ist minimal böse. Zack. Toffin roll. So rollin, 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 rollin. Und wir machen mal die Tische sauber. Na? Ja. So sieht das so gleich viel schöner aus. Dolo, der Arbeiter. Dolo, geh mal arbeiten, Dude. So, dann haben wir hier noch. Charakter. Damit fehlt uns nur noch der goldene Stein und den sehe ich schon. Gut, dass wir Hagrid haben. Das sag ich doch nicht, sehe ich schon. Supert, supert. 199 von 200. Dann weiß ich jetzt, wo der 200-Stein ist. Haben wir damit auch alle Charaktere? 97,9. Wahrscheinlich dann, wenn ich sie gekauft habe. Dann kümmern wir uns erstmal darum. Denn dafür müssen wir nach... Dafür müssen wir erstmal nochmal eine Runde nach Hogwarts. Beziehungsweise nicht nach Hogwarts himself, sondern nach Hogsmeade. Oder Hogsmeade. Oder Hogsmeade. Oder, keine Ahnung. Nach Hogs. Und Hogos. Denn da gibt es noch einen goldenen Stein. Nee, da ist kein goldener Stein. Dann werde ich aber böse hier. Nein, ich bin bei Gold und Wald. Goldi ist toll. Goldi sieht so abgrundtief böse aus. So böse, dass er erstmal eine Runde mit der Zuckzuck feiert. Tschuf, tschuf. Tschuf, tschuf. Hier kommt die Voldemort-Zugbahn. Vorsichtig sein. Wir überfahren alles und jeden. Ab und an ein paar Tote. Nicht wundern. So, hier hat man soweit auch alles. Ja, hier fehlt mir noch der Goldenstein. Ja. Ja, juhu. Gib mir den Goldenstein her. Na los. Komm, gib ihn her. Gib ihn her. Gib ihn her. 200 goldene Steine. Zurück zum Winkelgasse. Ja, bitte. Denn das könnte hier die letzte Volk. Dann lass es doch bleiben. Äh, so. Da, da, da. 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 Dabei. Komm schon. Habe ich jetzt alle? Habe ich alles? Habe ich alle? Will noch einer gekauft werden? Hm? Hm? Gut. 99%. 99%. 99%. 99%. 99%. Und keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Aber okay. Ähm. So. So, 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 so. So. Are you kidding? Are you kidding me? Hast du jetzt den aus, aus Hogsmeade nicht mitgenommen oder wat? Really? Really? Ich fahre eben gerade auf 200 oder bin ich jetzt presisch in der Birne? Das ist doch jetzt nicht wahr. Irgendwie wollte man jetzt so einen Leichtruhengang drauf, oder? Zumindest so ein bisschen danach raus. Ich laufe jetzt auch mal noch Hogsmeade. Und hol mir nochmal, äh, den Stein. Weil das kann ja so nicht sein. Nö, das sehe ich nicht ein. Mit dem Stein. Das finde ich das, äh, also... Verarschen lasse ich mich nicht. Nö. Nein. Verarschen lassen wir heute mich hier. So, so, so nicht. So haben wir nicht gewettet. So haben wir nicht gewettet. Oh. Ganz zum Schluss noch getötet. Oh. Oder muss ich doch erst noch das Bonuslevel dafür abschließen? Das ist doch... Nein. Ich fahre eben gerade auf 109. Warte. Okay. Er hat es gesammelt. Er hat... Es zählt 199 von 200. Das heißt, mir fehlt noch ein goldener Stein. Und ich weiß auch, wo der ist. Und das könnte jetzt etwas dauern. Eigentlich wollte ich ja heute nur eine halbe Stunde aufnehmen. Und vielleicht wieder eine ganze Stunde. Aber anscheinend wird das etwas länger werden. Naja. Ich kann es nicht ändern. 99 Prozent. Ein Prozent fehlt. Das heißt, wir müssen uns mal da kurzfristig ein bisschen hintersetzen, dass wir hier 100 Prozent erreichen. Wobei ich sagen muss, ich finde es schade, dass es kein Bonuslevel für Woll, die es wieder gibt. Aber noch sind wir ja noch nicht ganz, ganz durch. Kann ich hier irgendwas aktivieren? Mal gucken. Die sind mir definitiv untersagt. Ja, super stark. Dann könnte man mal aktivieren. Ach, weißt du was? Komm. So. Letzte Level. Wir wollen ein bisschen Spaß dabei. Also holen wir uns den Spaß, indem wir einfach mal alles aktivieren. Eine Million muss ich sammeln. Immer noch. Eine damn fucking Million. Mit Fußballspielen und allem drum und dran. Wir fangen erst mal hier mit 2. Und hier hier an. Um zu Gurken. So, ich habe eine Vermutung. Kann ja nicht alles sein, dass wir noch da hinten da so... Doch, wirklich? Ah, gut. Dann stellen wir dich hier mal ab. Und direkt in den nächsten rein. So lange wie hier noch keine Fußballtore rumstehen. Können wir das mal so nebenbei machen. Wunderbar, wunderbar. Feuer frei! Alles mal wieder so ein bisschen durcheinander machen. Aber naja, ist egal. Wir gucken jetzt erst mal, dass wir hier die geheimen Sachen finden. Das wäre dann zum Beispiel hier an der Wand soll nur irgendwo ganz, ganz viel rumfliegen. Ja, dass da was fliegt, das sehe ich wohl. Ich habe auch keinen Magneten an, oder? Egal. Wir laufen jetzt erst mal die ganzen Wände hier ab. Weil das geht so nicht, dass ich hier nicht das vollkommen so sammeln kann, wie ich das will, ne? Ich meine, ein Millionen hier reicht nicht. Das ist doch machbar, oder nicht? Also, das ist doch möglich. Ist hier echt nichts? Ah, da haben wir einen. Da haben wir noch einen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Booyah, chaka waka, booyah, faka waka. Ah. So, durch haben wir schon mal. Lop, hop, hoppa, lop, hoppa. Bauen wir dich, jau. Äh, ja. Zack. Gibt es noch mal klein Geld. Klein Geld. Klein Geld. Ich gebe dir dein Geld. Na los, gib mir das Geld. Ich brauch das Geld, ATM. Mit vier Millionen haben wir schon fast zusammen. Sehr nice. Äh. Ja. Das war das. Und. Achso. Aquamenti. Wird sie komplett die Aquamenti. Stopp, das machen wir noch nicht. Das machen wir erst dann, wenn der Zug auch drunter steht. Dann ist es, glaube ich, sinnvoll, oder? Äh. So, nehmen wir schon mal. Das ein bisschen auseinander. Sabam. 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 Aha. Da haben wir noch eins. So. Und mit dem Stück, die Tür öffnen. Und es fliegt immer mehr herum. Es fliegt immer mehr herum. Da wird gleich nur noch eine Ruine von stehen. Mal wieder. So, haben wir noch mehr hier drückt kaputt, Mann. Ai, mir nicht. Ai, mir nicht. Nein, wir wachsen wieder Pflanzen aus dem Arsch. Stop this! I don't want to have flowers off my ass. So, wie war's. Äh, wie weißt du, nochmal zusammen zu bauen? Auseinander zu nehmen? Ab zum letzten 80.9 Pro mal so. Leijo, Leijo, Leijo. Ähm, wo konnte ich mir denn nochmal die Charakter erinnern? Ich wollte mal einen bösen Charakter. Ach, wahrscheinlich hier, oder? Termine, guck mal was aus deiner Tasche raus. Ach nein, du holst ja nur... Oh nee, oh nee, du. Oh nee, oh nee, oh nee. Nee, 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 nee. Dann nehmen wir jetzt mal die magischen Walde auseinander. Aber nur so ein bisschen. Ähm, was war denn hier mit dem Auto nochmal? Hat das nicht auch irgendwelche Sachen gespawnt gehabt oder so? Ja, 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 ja. Oh gut. Oh ja, hier, das Haus war auch lustig gewesen. Aber, aber noch nicht lustig genug. Nein, 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 nein. So, die Hälfte haben wir schon mal geschafft. Äh, blubub. Lass mal bitte los. Damit wir noch ein bisschen Geld bekommen. So, hier an den Wänden nochmal langlaufen. Ja, 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 das ist extremst wichtig. Extremst wichtig. Wow. Ach ja. Sohle. Ich hätte gerne den guten alten Lord Wulgi. Mord. Und einmal haben wir auch wieder ein paar mehr Charaktere. Ach, ist das nicht schief. Tadam. 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 Telefon. Äh. Ist ja alles nie mehr zu erkennen hier. Sieht ja alles gleich aus. Ja, obwohl die, der, den kann man nicht mehr erkennen. Ach, guck mal. Sieht mal in der Schau hier. Ewig fing ich mal kaputt zu machen. Guck mal. Ja? Ja? Jetzt hab ich Schluck auf, danke Woldi Uncoole Sache So, Flaggen schon mal aufhängen Ja, das hat ja immer noch irgendwie keinen Sinn Warum auch immer Aber es war noch eigentlich schlimm Das brauchen wir uns gerade gar nicht Hier, um alles auseinanderzunehmen Und auseinanderzunehmen Und zu bauen und zu machen und zu tun Und wollen und werden Und da sind noch Blau Ja, damit Immer, ja, damit Ries, ob du die Doors Noch mehr auseinandernehmen Zerstören, zerstören Wollt gerade sein Da kann ich doch noch mehr, da kann ich doch noch mehr auseinandernehmen Boah, kann er eh so viel abschießen Wie geil ist das denn? Wie cool ist das denn? So, alles richtig, dreifach abschießen Genau Na, geht noch mehr Klar, geht noch mehr Geht noch mehr, du Können wir noch mehr auseinandernehmen Ich glaub, jetzt will er aber nicht mehr, oder? Nein Weiter auseinandernehmen Geht nicht War hier nicht noch was? Nein Na gut Na gut So, dann gucken wir hier nochmal nach Aha, 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 aha Hier hat's auch nochmal geheimen Stutz Du ti, du ti, du ti, du Du, ti, du ti, du sytu Du, ti, du ut Ah, die ongel kam aber auch komplett auseinandernehmen Da oben brauchen wir Wasser. Äh, ist da oben den noch irgendwer? So, hm. Du sagst es, ha? Äh, jo, jo, joa, ne? Das wird nicht weniger hier, das wird nicht weniger, du. So, du kannst schon mal eine Runde losfahren. Wir nehmen hier so lange noch alles ein bisschen auseinander. Und erwarten dich dann gleich am nächsten Bleist. Auch wenn du noch gar nicht hier bist. So, ich bringe mal an den Stankweld. So, alles hier mehrfach abschießen. Das ist extremst wichtig. So, weg mit dir. Man sich ein bisschen mit Wasser füllen. So kommen wir daran. Ähm, magst du jetzt nicht weiterfahren? der milchmann wagen dreh dich nicht um denn der milchmann geht herum wer sich umdreht oder lacht der wird vom milchmann fertig aber warum zum geil fest die jetzt nicht los hab ich doch beim letzten mal wieder durchgefahren sekunde nochmal mit was hat nein ok 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 das ist irgendwie so ein bisschen suspekt jetzt schon wieder weil sich mir das nicht ergibt warum es nicht losfährt ok du gehst auch nicht kaputt zum geier ne da mach ich ja auch nix hm ok ich will heute einfach nicht losfahren das haben wir schon soweit alle sind na magst du nichts mehr machen nein gut dann nicht jetzt mal zum schluss würde ich sagen erstmal verkleinern wir hier nochmal ein bisschen die toysline lassen sachen davon weg aua fliegen hm 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 das kann ich noch weiter auseinander nehmen das weiß ich noch machen wir erstmal den weg hier reingestellt eigentlich doch hier konnte man noch mehr auseinander nehmen machen wir platz da was auch immer da im weg war so hier konnte ich mal schach spielen und die tür schlüpfe sich auf magische auf und weise 700 fast 50.000 zusammen hm hm da geht natürlich noch so ein bisschen letztes kleines bisschen was soo 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 ja mal ein paar blümchen da hinlassen hier auch wenn das irgendwie reichlich suspekt ist das so ausgerechnet wurde morgens die sachen da von hinten rauskommen also ihr versteht schon was ich meine oder was ich lasse nicht noch weiter alles auseinander nehmen oder habe ich das jetzt nur falsch ich kann doch hier noch so viel machen das zeige ich doch das zeige ich doch ha guck mal da ist in meiner schau da steht gleich nix mehr ja 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 das kann ich echt nicht weit auseinander nehmen ok da drin hat es noch eulen die ich abschießen möchte soo ha 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 damit haben wir das auch fertig soo noch mehr spinnen noch mehr pilze noch mehr alles die spitten doch die pilze die spitten doch die pilze was hat es eigentlich damit auf sich da ist eigentlich nicht damit auf sich da ist eine nähere Bandwiss oder nicht nö anscheinend nicht ha warum kann ich soo soo da kriegt man noch ein bisschen fein schlitz drauf da ist noch ein neuer gewachsen na sind hier noch mehr die wachsen ja da ziemlich viel viel mehr kann ich jetzt den Baum auseinander nehmen ja ja zack 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 alles hier einstampfen und auseinander nehmen und guck mal da ich wollte schon sagen ich wollte schon sagen ich habe mir nicht als der letzte Baum nicht effizient sooo dann tun wir auch alle Bäume hier weg äh irgendwelche pilze die noch wachsen wollen sieht nicht danach aus ne nö 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 anscheinend gerade nicht ja dann ja dann suchen wir uns weitere Einnahmequellen bisschen was ist hier ja noch zu tun hoffe ich das ist soweit auch schon mal fertig was macht die Bank denn noch hier macht die Bank ja genau hier können wir ja noch ewig ich glaube wir machen da war doch was da war doch was und heute konnte man doch auch zur Hälfte ungefähr abweißen bäm aha 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 was haben die denn da schönes mal gucken was wir da gleich rausholen und heraus kommt money 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 it's so funny in the what the fuck world das war nicht wenig okay Ollivander ist wirklich komplett auseinander genommen hier haben wir auch wirklich alles kann ich ja gar nicht glauben kann ich ja gar nicht glauben ich will es auch gar nicht glauben gut 856.000 ab jetzt beginnt das ganze etwas schwieriger zu werden aber noch nicht ganz so schwierig wir müssen zum Beispiel den Einzug dazu noch bewegen hier weiter zu fahren beziehungsweise hier haben wir ja auch noch etwas Beute was wir auseinander nehmen können das ist ja noch gar nichts hööööööööööööööööööööööööööööööö.. immer noch mehr? Wir können immer noch mehr. Wir können immer noch mehr. Lass mich raten. Nein? 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 Nö? Nö? Sorry. Menno! Ach, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Hm. Ne, das mit dem Zug irritiert mich gerade so ein bisschen. Dass er ja einfach nicht weiterfahren wollte. Oder will. Ich meine, bisher ist er ja noch nicht weiter nachgefahren. Und mir fehlt noch ein Tor. Aber das grab ich jetzt aus. Das grab ich jetzt aus. Äh... Boah, Törmarsch? Na komm raus, halt so kleines Tor. So, dann wollen wir doch mal wieder noch nicht mehr Runde Fußball spielen. Da gibt's nämlich noch was. Äh, rein. Böses Fenster. Ach, sie meiner, guck. Jetzt mit einmal funktioniert das, ne? Jetzt mit einmal. So. 916.000. Schwumpi! Mini-Eisenbahn. 958.000. Da fehlt nicht mehr viel. Da fehlt nicht mehr viel. Das kriegen wir hin diesmal. Hoffe ich. Hoffe ich. Ich kann nämlich auch nicht mehr so viel machen, leider. So. Äh, und Voldemort, 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 Voldemort tänzelt um das Tor herum. Voldemort tänzelt um das Tor herum. Und... Tor! Yay. Ganze 2000. Hooray, hooray. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Mein Gott, sind wir jetzt reich. Äh, äh. Oh, komm, weil... Bewege dich doch ein bisschen schneller. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Komm schon. Da vorne ist das andere Tor. Komm schon. Komm schon. Roll! Yay! Hm, hm. 962.000. 962.000. Ja. Ach ja, hier haben wir ja noch was zum Auskramen, ne? Da war es ein kackbar mit. Mit Aquamenten war es gemiesen. Fülle dich mit Wasser. Fülle dich. Fülle dich. Zeig uns deine Fülle. Anfüllung. Da ist noch ein Stückchen, was mir Wasser gefüllt werden kann, oder? Aha, 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 aha. Komplett mit einmal her, ihr Geisterzug-Fahrer. 981.000. 983.000. Oh, 983.000. Aha. Machen wir nochmal. Dich vielleicht nur ein bisschen beschissen, ne? Gut, die Telefonbosen will uns auch nicht mehr geben. Du gibst uns auch kein Geld mehr. Nachricht nicht zerstören, nein. Was? War das hier nicht noch? Nein. Ah, rrrr. Ah, rrrr. Ah, rup, 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 rup. Aha. 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 Die wachsen noch Pflanzen aus dem Hintern. Yay. 986.000. Warte mal, du konntest doch zuschlagen, oder? Genau. Mit den Zuschlagen konnten wir noch ein bisschen mehr kaputt machen. Nein. Nein. Komm, du kannst hier die. Nein. Hm. Hm. Hm, hm, hm. Nein. Okay, wir versuchen gleich weiter. Mit was, was er so alles kaputt machen kann. 87. Okay, das können wir nicht kaputt machen. Äh, 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 äh. So langsam gehen mir die Sachen aus. Wie ich hier noch machen kann. Das finde ich schlecht. Das finde ich extrem extrem schlecht. Ah, hier wachsen mir noch Sachen. Oh ja, hier wachsen noch Sachen, hier wachsen noch Sachen. Hier wachsen noch Sachen. ein zehntausender ein einziger zehntausender dann wäre ich sowas von happy happy hippo wäre ich in den fall da 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 ja ja gut versteckt hier gut versteckt muss ich schon sagen schlecht war es nicht vielleicht was was wir noch sehen können was wir noch machen können wäre zu schön gewesen hättest du jetzt den ganzen stein auseinander genommen ja auch noch sachen 900 hat kriegte 90.000 verfluchte scheiße verfluchte scheiße und wir müssen auch irgendwann 10.000 irgendwas irgendjemand irgendwann irgendwo irgendwie bitte an splashing steine wir haben 200 goldene steine 99 kommen 9 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 Wir haben es ... gleich geschafft 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 oder wie hier so schön sagen würde Geschafft! Und ich hoffe, ihr habt jetzt auch alle mit die Arme hochgerissen, denn ich habe es getan, ja. Ich weiß, ich bin merkwürdig, aber ich darf das. Und deswegen mache ich das einfach. Geschafft! Yay! Noch nicht ganz, aber gleich. Eine Sekunde. Ich komme, ich komme. Ich will rausfinden, was du bist. Ich kriege das hin, ich kriege das hin. Wir kriegen das hin, das geht im Sinn. Oh yeah, Mann, wir haben es geschafft. Und auf magischer Art und Weise bauen wir uns das größte Bauwerk der Welt zusammen. Denn es wird. Es wird. Ziemlich rund. Es wird. Wird das Hogwarts? Das ist ja geil. Das ist ja mega super geil. Das ist Hogwarts. Als Belohnung bekommen wir ein Feuerwerk. What? Wie geil. Wir kriegen unser eigenes Feuerwerk. Wie cool ist das denn bitte? Oh, genial. 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 Ja. Feuerwerk. Feuerwerk. Achso, ich dachte, wir würden jetzt die ganze Zeit uns hier aus dem Arsch fliegen. Gibt uns das jetzt unendlich viele Stutze oder was? Ach, meine Lieben. 99,9 Prozent. Warum steht da immer noch 99,9 Prozent? Warum zur Hölle steht da 99,9 Prozent noch? Na, warten. Wir warten mal. Wir warten mal. Denn mir wurde gesagt, es gibt 201 goldene Steine. Also das heißt, hoffentlich kriegen wir, wenn der Geldfluss irgendwann mal in der nächsten eine halben Stunde vorbei sein sollte. Äh, noch einen goldenen Stein. Ja. Aha. Das ist gar nicht übertrieben oder so. Nein, gar nicht. So langsam reicht das Spiel. Ja, genau. Ja, steckst du in der Zeitschleife fest oder sowas? Hallo? Hallo? Warte mal, wir versuchen einfach mal was. Es generiert immer noch. Na, fuck. Hallo? Du darfst jetzt aufhören. Es ist genug. Es ist genug. Stop it. Nein, Voldemort. Das ist schon nicht mehr lustig. Wie viele scheiß Stutz kommen denn da noch bitte raus? Oh, das ist doch schon die Bäche. Hallo? Hallo? Könntest du jetzt bitte... Gibt es hier den Ausschalter dafür? Das ist doch nicht... Das ist... Das ist... Das ist... Das... 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 Ja... 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 Ich... Ich hab das jetzt schon verstanden, dass da so viel rauskommt. Ja... Ja... Es kommt immer mehr raus. Es ist doch gut jetzt. Du... Du darfst aufhören. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Gib mir doch einfach nur den letzten... Ey, wie lange soll denn das dauern? 99,9... Ach, das ist doch jetzt... Oh, Mann! Eine halbe Stunde später, ey. Da freut man sich den Arsch ab, dass man es geschafft hat. Und was ist jetzt? Jetzt nutzt einem das Spiel nochmal, weil es der Entwickler so... Ja, du hast 100%, aber warte! Warte mal eine Stunde, bis der Stottregen vorbei ist! Denn erst dann hast du wirklich Feinde wie 100%! Oh, komm, jetzt verarsch mich doch jetzt nicht. Hier, komm, mach fertig. So viel Geld kann da doch nicht drinnen sein! Leute, ist das Spiel kaputt? Oder muss ich mir noch einkaufen oder so? Weil das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Das ist... Oder habe ich hier noch nie alles gekauft? Das ist doch meine eigentlich schon, oder? Ja, hier haben wir definitiv alles. Machst du immer noch weiter? Es macht immer noch weiter! Das ist doch... Das ist doch einfach nur zum Geier. Hm. Okay, mir fehlt noch ein goldener Stein. Den ich eigentlich bestimmt da oben bekommen habe. Hätte. Tun. Werden. Wollen. Wenn das nicht so ewig und sechs Jahre dauern würde. Oder muss ich noch einen Charakter kaufen? Sekunde. Das lässt sich ja relativ leicht überprüfen. Hä? Fehlt hier noch einer? Ist hier nirgends so was Dunkles? Ne, es sieht eigentlich gut aus. Sieht ganz danach aus, als hätten wir... Da um! Mir fehlt noch... Nein! 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 Welcher Charakter fehlt mir denn da bitte noch? Welcher verfickte Charakter? Warum? Warum? Zur Hölle! Warum? Warum? Ach, Leute! Leute von heute! Mir fehlt nur ein Charakter. Ich weiß nicht, woher ich... Ah! Ich wollte es dann nur... Äh, nenn! Es lässt mich nicht! Es lässt mich nicht! Ich weiß auch nicht, wo mir der letzte Charakter fehlt! Sagt es mir bitte, Leute! Bitte! Bitte, 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 bitte! Bitte, bitte! Sekunde, ich hab ne Idee! Habe ich den hier hinten schon gerufen hat? Äh, jup! Okay, dann habe ich jetzt auch wirklich keine Idee mehr. Ah! Ah! Naa! Naa! Oder hab ich den hier vergessen? Ach, von Nacht! Naa! 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 Dann gibt es nur noch einen Ort, den die Charakter hier fehlen könnten. Das gucke ich jetzt noch nach. Das krieg ich... So langsam, ne? So langsam krieche ich dann... Oh, nee, das... Also, nee! Nee, das ist auch schon nicht mehr lustig! Nee, ist es nicht mehr! Naa! Naa! Ihr... Ihr Sadisten, die hier gerade am Lachen seid! Ich hab ihm gerade alles an, ne? Also, alles, alles. Im Sinne von allem. Kann das? Kann das hinhauen, dass ich ihm gerade alles, alles anhat? Naja, jup! 14, 14! Ah, Mann, nein! Ey, mach doch keine Scheiße spielen! Ernsthaft! Don't fang ihn mir ab, please! Ein Charakter! Warum zum Geier fehlt mir ein geschessener Charakter? Ja, Leute, ich weiß nicht, wo der ist. Ich gucke da mal nach und, äh... Wir sehen uns in der nächsten, letzten, einminütigen Folge von Lego Harry Potter. Die Jahre wirkt es wieder. Ich bin euer Lund 1986. Bis dann! Wir sehen uns im 3D-zentralen... ... Vielen Dank.